wieder alles in den selben Pott, aber dann kann ich dir zuschauen und mal zeigen, dass der Sinn ist Richtig Oh, Level 6, ne 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 ne, hab ich jetzt irgendwie kein Bock drauf Ähm, musst du mich jetzt hier einpferchen? Kann ich jetzt ins dem Ding suchen? Oh, hatte ich wohl Er hat leider keinen Hilfstimm mehr, ist das doof Hat er wohl irgendwie eins übrig Na komm, versuchen wir mal unser Glück hier Ist das nicht von hinten angegriffen? Verarschen Oh, da hinten läuft irgendwie das Special 4 rum Jetzt sterb doch, du Mistvieh Gibst du mit einem Medium oder was? Ne Ja, 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 ja Echt? Du bist ein bisschen selber in der Nähe von diesem grünen Ding, ne Äh, na, ich krieg das Fieder oben nicht kaputt, Alter Wer grad wieder entgegenkommt und ich bin schon wieder fast tot Naja, die Mediumsicher sind echt abgefuckt, ey Na ja, die Mediumsicher sind echt abgefuckt, ey Kannst du locker zwei Minuten drauf rumkloppen, ey, scheiße Jetzt haben wir's Jetzt haben wir's Ich bin der Wäffend Eigentlich noch nicht Ah, ich hab nen Harvester Dann tun wir doch mal dieses Ding hier mal abbauen, Leute Ich brauch noch ein bisschen, eins bräuchte ich noch ein, zwei Ich bin so gut wie am Arsch, Alter Heiße Also wir können jetzt auf jeden Fall nen Harvester bauen Können wir ja endlich auch dieses, ähm Element X abbauen, ne Element X dann abbauen So, da war jetzt irgendwie Rundlich Scheiße drin Ja Wie soll ich ihn jetzt E.P. haben, wenn ich auf die Fris kriege Oh, da sind ja zwei von diesen grünen, Alter Alter Verwalter Die sind irgendwie creepy, die Flieger Naja, vor allem, weil die halt so Marnakugeln auf dich draufbämmsen, ne Die haben halt Range Attack Oh Gott, ich glaub, äh Die sind aber echt sehr creepy aus, die Missgeburten Ja Ich glaub, ich geh die letzten paar E.P. noch woanders farben Ja, ich versuch jetzt mal ein bisschen zur Base zurückzulaufen Ja Da oben kannst du auch schon wieder rennen, oder was? Ja Mhm Ich club mich jetzt mal nicht hier mit diesen Level 4 Viechern Ich nehme lieber andere Ey, ich bin fast voll mit der Base, so viel dürfte es nicht mehr sein A Harvester is needed Ja, das weiß ich doch Ja, Level 5 bis 6, dann laufen wir überhaupt noch richtig? Keine Ahnung Die laufen wir grad komplett falsch Wie? Und da ist auf jeden Fall der Eingang zum Dungeon Also Müssen wir eigentlich hier sehen Das ist ein anderes Dungeon Ehrlich? Glaube ich, oder? Ne Ne, das ist... Das ist dieses 5 bis 8 hier Ja 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 Das müssen wir dann... Ja, das ist das Ding Ja stimmt, hier sind... Aber warum sind hier Level 5? Ja 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 Das müssen wir unsere Lichtung hier sein, dann... Hier ist eine Tool Crate, das ist da wo ich vorhin gespawnt bin Also... Bevor wir aufgenommen haben Das müsste schon hinkommen werden Ja Halt die Klappe Ah, hier sind nur Level 5er, Alter Mann, hier doch nicht, ey Level 1, ah, alles klar Oh, musst du mich jetzt angreifen Ich muss hier ne Loot Crate abbauen Ah, wahrscheinlich hier hinter dem Stein wieder Ist die Hallo Aua! Mann, oh Oh Hast du unsere Base gefunden? Hm, ich bin... Right behind, ja Also... Äh... Wie sehe ich die hier nicht? Äh... Die Base sehe ich jetzt grad noch nicht Das müsste doch hier gewesen sein Ja, eigentlich schon Außer wir sind völlig banane grad Aber es kommt ja hin, wir waren ja vorhin bei diesem Dungeon da, und... Naja... Da hinten ist er doch, da ist er ja Ja Wollte doch schon sagen Geh ich mal noch ein paar Level 1er bashen, ja Zu viel Zufall gewesen irgendwie Äh... Wie gesagt, die Loot Chess, die war da ja auch vorhin Da bin ich ja gespawnt Bevor wir uns dann... Wo wir uns dann gesucht haben Ich bin ja auch nicht so weit gelaufen Ich bin ja nur einen riesen Umweg gelaufen erstmal, weil wir nicht wussten, wer wo ist Was ihr im Off natürlich noch nicht mitgekriegt habt, weil... Das ist super spannend, wenn man durch die Gegend läuft und sich sucht Ja... Das will jetzt nur wirklich dann keiner sehen Ja, also das erste für sich, das erste finden, ja Oh, müssen jetzt hier wieder Special Viecher sein, ey, meine Fresse, ey Ist nicht zu fassen Den Harvester eigentlich direkt hier bauen dann? Ja, kann ich Tatsache Könnte ich sogar bauen Also wenn wir irgendwo in der Nähe so ein... Element-X-Ding haben, dann baue ich uns mal so ein Ding Naja, ich bin gerade schon auf der Suche, weil da oben ist eins Dann baue ich mich mal eins da hin Kannst du es auch schon? Naja, klar Das heißt ja klar, du brauchst einen Plueprint Ich glaube, das war jetzt irgendwie mit Level 5 verbunden, glaube ich Ja, ich bin jetzt auch geablevelt Nö, ich habe den Plueprint gefunden gehabt Achso Weswegen Schau, einer guck, genau Genau, den könnte ich jetzt dann hier drauf Plots hier rein So, und der baut dann... 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 Dann stelle ich den hier... Mal hier hin So, Harvester's Needle Ich baut dann auch mal einen hier, Place Items Build Ah, der baut das dann ab, okay Okay, cool Hören die dann direkt selber oder was? Ne, muss die abholen, okay Okay Gute Sache Ich habe auch irgendwie schon welche Sehen wir irgendwie 37 jetzt Woher möchte ich die jetzt herhabe? Ich habe auch Element X 85, stimmt Vielleicht haben schon höhere Viecher welche gedroppt Ja Das kann ja sein... Möglich, ja Hm Interessant Der baut dann mal hier so was ich hin Gut Kann ich jetzt an der Armory irgendwie neue Sachen noch bauen oder? Nö Gut Gut Ich tue mal was hier mit der... Dafür durch die Gegend All Bar und Cut Jam Gebrauchende Vier Wollen wir jetzt mal so einen Locator Wollen wir jetzt mal so einen Locator Wollen wir jetzt mal so einen Locator Ach cool, da zeig dir dann oben auch an in was für ein Levelgebiet du dich befindest Ja nicht nur die Location Sondern auch äh... Ist natürlich schön Ich glaube wenn wir jetzt in das... Design Station Dungeon ist das Ach der Locator Aber wenn wir da in das Dungeon gehen nehme ich mir auf jeden Fall äh... HelpStims mit ey Ich glaube das wird sinnvoll sein Ach genau, jetzt können wir ja auch diese... Ffffffff feriil... Cube herstellen Um uns äh... Um uns? Um uns ein neues Multitool zu bauen Ja richtig, stimmt Ich baue mal dort eben fünf Stück B Mini Kann ich gerade drei herstellen Aber my Dings steht hier da oben... Ich hol mir mal noch welches Đißt ja eigentlich reichen Bis zum nächsten Mal.